Hallo und herzlich Willkommen auf dem Touch Gameplay Kanal. Mein Name ist André und ich spiele heute immer wieder Modern Combat 5 auf dem iPhone 6 Plus und schauen einfach mal was so geht. So, erstmal die Nate hier hinter. Wo sind die Gegners? Okay, die Fahne gehört. Hä? Achso, wir sind Team Rot oder wie? Ah, okay. Ähm, ja, Modern Combat 5 heute immer wieder am Start mit meiner im Moment Lieblingswaffe in MC5 und da ist auch schon der Gegner und wieso kennt er ihn nicht? Naja, und die Nate kippt mich natürlich gleich. Scheiße. Bestimmt, nein, okay, ich wollte eigentlich für Straßen abstimmen, aber ich hab's verkackt. Ähm, ja, Modern Combat 5 heute immer wieder am Start. In den letzten Tagen ist er jetzt nix so Besonderes leider im App Store erschienen. Deswegen konnte ich auch kein, äh, gutes, äh, ja, irgendwie... Ey, was ist denn das, Mann? Da hinten campt schon wieder einer, Mann. Ist ne Scheiße. Ja, perfekt am Campen, Alter. Ähm, ja, deswegen konnte ich irgendwie kein anderes Video bringen außer hier MC5. Hab ein paar unkommentierte Gameplays auf den Touch Gameplay Kanal gebracht und heute mal wieder MC5. Silver Ghost ist unaufhaltbar. Ist mal gar nicht gut. So, erstmal die Nate dahinter. So, dann die anderen Nades auch dahinter. Oh mein Gott, sind da viele. Oh mein Gott, Trippi! Wenn ich... Das war doch ein Quad, oder? Okay, der Sniper chillt noch da hinten. Stirb, Bruder, stirb! Genau, stirb. Da drin ist noch einer. Stirb! So, erst drei, ready. Okay, jetzt wird's spannend, Leute. Ähm, Airstrike direkt hierhin. Da, wo die ganzen Gegner auch sind. Oh, wieder hier rein, da sind Endpile, Mann. Ich hab keinen Bock, jetzt hier drauf zu gehen. Ey, Mann! Die scheiß Nades! Was soll ich tun? Egal, 8 zu 2 können wir auf jeden Fall lassen. Ähm... Holo-Visier hab ich. Das könnte ich eigentlich mal als nächstes irgendwie benutzen. So, mein MacBook Air macht noch keinen Sound irgendwie. Weil irgendwie kackt das zwischendurch ab, ich weiß auch nicht warum. Naja, abkacken ist... Ach, ich bin heute irgendwie scheiß müde, Mann. Naja, ähm, klettern, komm schon. Straßen will ich auf jeden Fall spielen. Ja, Straßen, perfekt. Können wir auf jeden Fall lassen. Mach es den Feind so schwierig wie möglich, dich zu treffen, indem du dich permanent... Permanent, permanent bewegst. Ja, ich bin heute irgendwie entmüde, Mann. Keine Ahnung warum. Ein bisschen weniger schlafen. Spiel startet in 4, 3, 2, 1, 0. Los geht's. Ähm... Ja... Was ist denn das für ein Name? Russischer Name ist dem Spiel beigetreten. Ich laufe ja eigentlich immer hier oben lang, weil ich weiß, dass da hinten eigentlich immer Gegner kommen. So, da ist auch schon der Erste. Scheiße, meine Steuerung ist grad irgendwie abgekackt. Ist das ein Sniper? Ne. Okay, Hodovisier hab ich freigeschaltet. Fucken, der stirbt nicht, Mann. Nein, ich wollt nicht runterspringen, Alter. Hey, komm! Boah, war das knapp, Mann. Puh, das war scheißknapp, Alter. Zum Glück bin ich nicht draufgegangen. So, hier sind bestimmt Gegner. Auf mich. So, laufen wir mal ganz geschwind zur C. Das ist bestimmt irgendwer am Start. Und... Die Waffe ist einfach nur... Sau sick. Ich hoffe, ich kann die irgendwie nochmal gescheit upgraden. Da gibt's ja immer so... Alter, ich hab MC5 so lange nicht mehr gespielt. Ich hab schon gar keinen Plan mehr, wie die... Dinger da alle heißen. So. Stürb! Ja. Gut. Er ist tot. Drohne aktiviert. Läuft. Ey, komm! Ey, Mann. Ich hab doch zuerst geschossen. Na, die Red ist auf jeden Fall gut. Und der wird jetzt hier hochkommen, gleich. Kommt, Granate, schnell. Alter, was ist das? Ey, komm, nur weil der da hinten schimmelt, Alter. Okay, war hinter mir. Scheiße. Verdammt, Mann. Wie ich sowas hasse, ne? Ähm. Und da hinten hat noch einer in der Ecke gechillt. Das heißt, da hinten sind bestimmt noch drei Leute oder vier. Schauen wir einfach nochmal hin. Oh, Nitrox, Alter. Wieso stirbt der nicht, Mann? Ich glaub, ich kenn den irgendwoher. Gab früher mein Devil Nitrox, wenn ich mich nicht täusche. Hab aber keinen Plan, ob das der ist. Komm, ich will mit einnehmen, Bruder. Ey, Mann. Fred X, Alter. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Wo ist der? Okay, zwei Leute mit der Nade gekillt. Perfekto. Okay, wir haben gewonnen, Leute. Sehr gut. 9 zu 4 kann man auf jeden Fall auch lassen. Und Gebietsherrschaft ist auf jeden Fall immer noch mein Lieblingsmodus. In Mortal Kombat, weil der Modus einfach so geil ist. Man weiß genau, wo die Gegner rauskommen. Der Modus ist teambasiert. Und so weiter. Boah, ich muss jetzt erst mal gleich ein Cookie essen. Und heute Abend spielt ja Bayern München gegen Dortmund. Würde mich mal interessieren, ob ihr euch das Spiel irgendwie anschaut. Also ich werde es mir auf jeden Fall reinziehen. Heute noch ein bisschen aufnehmen bei dem Scheißwetter. Ein paar unkommentierte Gameplays lade ich heute noch hoch. Und, ähm... Ja, dann, ich glaub heute Abend um 20.30 Uhr ist Anpfiff. Wird auf jeden Fall ein Hammerspiel. Bayern München gegen Dortmund. So. Und... Es geht hier auch schon gleich weiter. 3, 2, 1 und 0. Und los geht's. So. Erstmal schön natürlich die Nades hier... Wieder hochwerfen. Ob jetzt da irgendwer... ...hochkommen sollte. Das ist ein Gegner, Alter. So, ich sehe im Moment nix. Stirb, Bruder! Granate, ich bin tot, Mann. Hä? Was ist los? Die Granate explodiert nicht. Leckt das Spiel? Hä? Ja, was war denn das jetzt für ein Fail? Hängt das Game irgendwie? Ne. Komisch. Da war grad irgendwie dieses Nate-Zeichen, aber es ist nix passiert. Komisch. Puh, das war schon wieder knapp. Hatte echt Glück, dass der Kerl da gerade eben... So, springen wir hier schon da runter. Da unten ist nämlich ein Gegner. Ist noch einer. Tot. So, Drohne. Schnell die Base einnehmen, Leute. Boah, die Nate. Die Nate, wo ist er? Kein Plan, wo er ist. Oh, komm, Fred X schon wieder, Mann. Scheiße. Ey, Manometer. Ey, der mit seiner Scheiß-Red, Mann. Der geht mir so auf den Sack. Hat erst... Er hat mich einfach zweimal gekillt, Mann. Ausgerechnet mich natürlich, ne? Hey. So, gehen wir mal hier schnell hoch. Ne, echt so riskant hier unten. Ey, die sind alle da unten. Alle. Okay, doch nicht. Wahrscheinlich sind sie jetzt alle hier hinten. Bei C. So, da war einer. Über mir ist einer. Wird nicht, geh gleich drauf, weil ich alleine einnehme. Es ist immer so. So, eingenommen. Perfekt. Bruder, stirb doch einfach. Was hat denn der für eine Waffe? FS 80, die will ich auch. Die ist bestimmt sau nice. Alter, Mann. So, springen wir mal hier runter. Hier unten ist nix los. So, Nate dahinter. Rücken abdecken, da ist einer. Ah, Fred X, jetzt habe ich dich gekillt, Bruder. So, weg hier. Deck mir eigentlich immer den Rücken ab mit den Granaten. Das ist eigentlich so eine ganz gute Taktik. Hier oben ist ja mal nix los bei Gebietsherrschaft, ne? So. Die Base gehört uns. Ah, er ist tot. So, Nitrox ist schon wieder tot. Perfekt. So, unten ist einer. So, wo ist er? Stirb doch einfach. Boah, war das knapp. Puh. Fuck, da ist er. Ey, der Kerl will sich in die Ecke schimmeln, Mann. 10 zu 3. Können wir auf jeden Fall lassen. Perfekt. So. Cookie. Also, ich muss schon sagen. MC5 hat mir schon lange nicht mehr so getaugt, wie es mir jetzt taugt. Vor allem mit dem Update. Die Waffen, die neuen Waffen sind geil. Und, muss ich nicht sagen. Das Update ist echt nice geworden. Macht auf jeden Fall wieder richtig Spaß. MC5 zu zocken. Und, ja, jetzt klingt das Telefon wie immer. Aber, I don't fucking care now. Because I'm recording. Alter, da ist schon einer oder was. So, Leute. Ich nehme hier natürlich mal wieder alleine ein und bin tot, Mann. Ist immer der gleiche Scheiß, Mann. Okay, da kommt es hier hinten hoch. Ich will mal eine Nate dahinter. Wir machen hier, Mann. Wir machen hier noch die BASE. Wir machen hier noch die BASE. Wir machen hier noch die BASE. Und wie es alles? So, Todbruder. Wir hören jetzt die BASE. Boah, Mann, wie kann man sich da hinten so reincampen, Mann Leute, einnehmen, Mann Was ist das? So, gehen wir hier hoch Da ist schon einer Der ist tot, sehr gut, Bruder Er klappt mir beide Kills, Mann Okay, die werden jetzt alle hier lang gehen, bin ich mir sogar sicher Bei denen die Fahne gehört, sonst spawnen die da alle Kommen wir einfach mal da hin Ich weiß nicht, was los ist Nee Das ist ein Team-Mate Hä? Hast du, die Fahne hat schon uns gehört Da hinten bei A sind sie Okidoki Bei C, Mann Nein Tot Scheiße Das ist ein Team-Mate Hey, ihr stirbt nicht Ich gehe raus Ok, Leute Das war's schon wieder mit dem Video Mal schauen, was in den nächsten Tagen so kommt Wahrscheinlich wieder MC5 und Noch irgendein anderes Gutes Spiel Das hoffentlich bald mal wieder rauskommen wird Und ja Wir werden nicht vergessen Ich bin raus, Leute Servus Das ist ein Team-Mate 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 Das ist ein Team-Mate